In diesem Kurzvideo geht es um den Schulterschiefstand. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es dazu kommt und was Sie konkret dagegen tun können. Vielleicht überrascht es Sie, dass die Ursache des Schulterschiefstands häufig gar nicht in den Schultern selbst liegt. Doch alles der Reihe nach. Der Schulterschiefstand ist von hinten oder vorne im Spiegel betrachtet leicht zu erkennen. Schwieriger ist es, die Ursache zu entdecken. Eher selten ist eine Schulter isoliert hochgezogen oder abgesenkt. Viel häufiger ist der darunterliegende Brustkorb asymmetrisch entfaltet. Beispielsweise im Rahmen einer Skoliose oder ganz einfach einer asymmetrischen Körperhaltung. Jeder Beckenschiefstand führt sekundär zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Schulter-Asymmetrie. Die funktionelle Therapie geht den individuellen Ursachen des Schulterschiefstandes auf den Grund und verändert sie. Diagonale Entfaltung des Rumpfes auf der tieferen Seite, muskuläre Entspannung bei hochgezogener Schulter, mehr Weite und Breite bei vorverlagerter Schulter, Kräftigung der Muskulatur bei Hängeschultern. Entscheidend ist in allen Fällen der anschließende Transfer in den Alltag. Wichtig ist, das Problem Schulterschiefstand im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Jeder Beckenschiefstand hat Auswirkungen auf die Schultern. Bei fast jeder Skoliose sind die Schultern direkt mit betroffen. Einseitige Sportarten oder Fehler im Krafttraining führen ebenfalls zu Schulter-Asymmetrien. Rechts- und Linkshändigkeit haben einen Einfluss. Psychische Momente und Stress spielen mit rein. All diese Faktoren können eine asymmetrische Belastung der Schultern bedingen und verstärken und so die Entstehung eines Schulterschiefstandes begünstigen. Zusammenfassend gilt aus funktioneller Sicht, Fehlbelastung erkennen, gezielt üben, kräftig und beweglich bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017